Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video. Heute habe ich eine weitere Top 10 für euch. Und zwar meine Top 10 der besten PvP-Helden. Das ist wie immer meine Liste, meine subjektive Meinung und ich sage euch, was für mich meine Lieblingshelden sind, meine Top 10-Helden. Die 10 Helden, die ich hier nenne, sind alle absolut geniale PvP, das ist überhaupt keine Frage. Aber es gibt vielleicht bei anderen andere Reihenfolgen. Oder ich habe einen Helden drin, den ihr unbedingt sehen wollen würdet. Das tut mir dann leid. Ich möchte aber im vornherein sagen, es ist meine Liste und deshalb möchte ich da bitte kein Held in den Kommentaren sehen, wie ich es vor jeder Top 10 sage. Ich würde sagen, mit den Vorworten können wir jetzt auch einfach anfangen. Los geht's wie immer bei der Nummer 10. Und das ist ein Held, mit dem keiner gerechnet hat. Und zwar der PD. Der älteste Held im Spiel gefühlt. Ein absoluter OG-Held. Ich denke, heutzutage glaubt keiner noch, dass der irgendwie sinnvoll ist. Für mich ist er in der Top 10 der PvP-Helden. Der PD wird euch keine Helden killen. Der PD wird euch auch nicht irgendwie die Helden am Leben halten. Aber Narsia ohne den Kürbis ist undenkbar. Durch die Luxuswappen, durch die höheren anderen Insignien und so, kann der PD immer besser am Leben gehalten werden. Das heißt, der PD, der eigentlich sehr, sehr squishy ist, kann mit einem hohen Relikt, geilen Traits und den richtigen Talenten lang genug stehen, um wirklich Impact zu haben. In der Arena verwenden den immer mehr. Ich sehe den immer öfter. Und ich denke, der wird langsam aber sicher natürlich wieder in die Meter kommen. Der Held bufft den Angriff. Er bufft die Angriffsgeschwindigkeit. Er bufft die Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist sehr nebensächlich. Aber diese beiden Buffs, schnellerer Angriff und vor allen Dingen gesteigerter Angriff, sind derbe starke PvP. In Narsia bauen Leute Timeout-Teams. Ihr kommt mit einem Dünner und einem PD. Das Timeout-Team steht nicht lange. Das gebe ich euch schriftlich. Ein PD räumt euch absolut jedes Timeout-Team weg. Wie habe ich ihn gebaut? Ich habe ihn leider nicht ganz PvP-tauglich. Er funktioniert trotzdem. Ich nehme ihn trotzdem in Narsia mit. Ich wechsle die Verzauberung aber auch immer mal wieder. Jetzt gerade ist er auf Arzt-Steamen gebaut. Im PvP nutzt man ihn mit HL. Ihr braucht definitiv defensive Relikte. Der braucht ganz viel Ausweichen. Der braucht ganz viel LP. Unter 20.000 Ausweichen läuft er gar nichts. Meiner hat leider nicht annähernd genug. Der ist bei, naja, knapp 8K. Aber der steht trotzdem ganz gut. Der hat extrem viel LP. Kleiner Fun-Effekt am Rande. Man braucht nicht unbedingt ausweichen. Ich denke, der Widerstand-LP funktioniert genauso. Am besten Full-LP. Mit den richtigen Helden. Mit einem Waller. Mit einer Wasserheiligen. Was weiß ich. Könnt ihr den ganz gut am Leben halten. Also HL. Stärken. Er braucht Stärken, um zu Procken. Ein PD ohne Stärken wird nicht viel machen. Er wird gedubuffed. Er wird die Energie entzogen. Was weiß ich. Der PD muss irgendwie zum Procken kommen. Dafür das Stärken. Sonst macht er gar nichts. Außerdem erhüllt es nochmal die LP. Was er natürlich nochmal defensiver macht. Packt eine heilige Überzeugung drauf. Ohne eine heilige Überzeugung könnt ihr den PD knicken. Ich kann ihn knicken. Hyperstärke wegen dem Art-Steamern. Wenn ich ihn in Nasia wieder spiele, dann nehme ich da wieder eine HÜ drauf. Außerdem braucht ihr, um einen richtig effektiven PD zu spielen, ganz dringend Luxuswappen. Je höher, desto besser. Scheißegal. Haut eine OBR oder eine Voidwalker-Restung drauf. Das sind so die einzigen Sachen, die er braucht. Scheiß drauf, ob der weniger Angriff hat. Das ist komplett irrelevant. Der soll buffen und nicht Damage machen. Das führt uns auch schon zu meiner Nummer 9. Der Runenmeister. Ein essentieller Held. Ich habe ihn nicht mehr in meinem Main-Arena-Team. Aber er könnte jederzeit reinrutschen und es wird nicht viel schlechter werden. Der Runenmeister harmoniert vor allen Dingen mit dem Crypt-Düner extrem gut. Das bedeutet, wenn ihr einen Düner habt, der viel kritten soll und der auf Damage-Kritt gebaut ist, packt einen Runenmeister dazu. Der erhöht den Krit nochmal. Das heißt, der Düner wird bei jedem oder jedem zweiten Hit maximal absolut reinkritten. Mit viel Krit-Schaden. Absolut Game-Over für jeden Gegner. Der Runenmeister steht gut. Der hat einen Damage-Cap. Der Runenmeister nimmt alle Debuffs von euren Helden. Der entfernt die Energie von den Gegnern. Es ist so ein wichtiger Buffer. Der macht so, so viel im Hintergrund. Das sieht man gar nicht. Für mich eindeutig ein verdienter Platz auf dieser Liste. Er hat es leider nicht weiter vorgeschafft. Aber immerhin neunter Platz. Für mich, aus 141 Helden im Spiel, der neuntbeste im PvP. Ich würde ihn mit stiller Deckung HL spielen. Oder ihr nehmt eine Steinhaut und eine HL. Auf jeden Fall so defensiv wie möglich. Scheißt komplett auf irgendwelche Offensive bei dem. Der soll schön defensiv sein. Mit einer stillen Deckung. Mit einem HL. Ich hab das hier drauf. Man kann genauso gut irgendein Schild drauf machen, weil sein Angriff absolut irrelevant ist. Packt eine HÜ dazu. Der soll stehen bleiben gegen Düners. Der soll einfach nur stehen und buffen. Und die Energie von den Gegnern entfernen. Und die Divas von euren Leuten entfernen. Das ist seine Aufgabe. Legt ihm da keine Steine in den Weg. Mit Genauigkeit oder irgendeiner Scheiße. Voll auf Defensive. Der hat leider sogar Genauigkeit bei mir. Aber das ist eine relativ gute Zorillik. Trotzdem. Der soll möglichst viel Base HP haben. Damit er eben länger stehen kann. Kritt Widerstand. Hat er jetzt bei mir nicht wirklich viel. Ich hab sehr sehr viel auf LP. Also ich hab hier ein bisschen Kritt Widerstand. Das ist dann auch schon alles. Problem natürlich bei legendären Helden ist, ihr kriegt nicht viel Kritt Widerstand drauf. Eine Wasserhälte kriegt man mal eben auf 9 bis 10k Kritt Widerstand. Meiner hat 5k. Wie will ich das groß machen? Ja. Ich könnte jetzt auf 8, 9k pushen. Dann müsst ihr aber nochmal richtig rein investieren. Das ist er mir gerade einfach nicht wert. Ganz dicht gefolgt davon. Kommt auch schon meine Nummer 8. Und das ist die Lady Weld. Die Lady Weld ist kein ausgeglichener PvP-Held. Das ist kein Runenmeister, den ihr hinsetzt. Und der am Leben bleiben soll. Um irgendwas zu machen oder so. Die Lady Weld ist ein One-Shot-Wonder. Das ist ein absoluter Suizid-Bomber. Die Lady Weld setzt ihr am Anfang ein. Sie soll den gegnerischen Dünner One-Shotten. Und dann ist sie tot. Ihr setzt sie in der Arena ein. Sie One-Shottet den Death-Dünner. Tot. Die macht dann auch nichts mehr. Es sei denn, ihr bautet natürlich defensiv. Das ist aber Nonsense. Sie soll One-Shotten. Wenn ihr ihr diese Fähigkeit nehmt, nehmt ihr ihr ihre komplette Daseinsberechtigung. Die Lady Weld braucht, und zwar mit absoluter Dringlichkeit, eine böse Rüstung. Sonst One-Shottet sie sich direkt selber, wenn sie progt. So hat sie vielleicht eine Chance auf einen zweiten Prog. Wenn ihr ein Null-In habt, was auch essentiell ist. Ohne ein Null-In macht ihr nicht ganz so viel Spaß. Könnt ihr Stärken spielen in der Arena. Das bedeutet, sie progt dann immer wieder und hat noch ein bisschen mehr LP. Wenn ihr natürlich kein Null-In habt oder sogar mit Null-In schnellen One-Shot haben wollt, packt einen Quick drauf, keine Frage. Dann macht die direkt den Prog, haut direkt den Dünner weg, hat noch diesen Angriffsboost. Das ist ihre Aufgabe, das ist ihr Sinn. Das ist extrem, extrem satisfying, sag ich euch. Das ist so eine geile Welt gegen so ein richtig gutes Gegnerteam, wo ihr eigentlich gar nicht durchkommt. Zack, ist der Dünner weg und ihr räumt das Ding weg. Absolut geil. Die Werte, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, müssen Genauigkeit sein. Wenn die nicht trifft mit ihrem Prog, dann bringt der Prog nichts. Crit und Crit schaden das natürlich auch praktisch. Wahrscheinlich bräuchte man viel mehr Crit, als ich hab. Weil die macht eben nur einen Prog. Die progt und wenn der Prog kein Crit ist, dann crittert sie auch so bald nicht mehr. Das heißt, das muss dann sitzen. Genau da muss das Null-In greifen. Genau da muss der Crit kommen. Ansonsten habt ihr einen Perl Pech. Aber für mich eine verdiente Nummer 8. Keine absoluter Top-Welt. Aber kann immer wieder mal ein absoluter Game-Changer und absoluter Trumpf sein. Mein Rang 7 ist die Wasserheilige. Die Wasserheilige hat es bei mir gerade nicht mehr in die Top 6 geschafft, weil ich sie in letzter Zeit aus dem Arena-Team rausgenommen habe. Die bekommt von mir nicht mehr ganz so viel Liebe wieder vor. Aber man könnte sie auch mit jedem anderen, der jetzt noch folgt, bis auf die Nummer 1 natürlich, austauschen fast. Das ist quasi auf dem selben Level. Die Wasserheilige ist ein Heiler und ein Buffer. Die Wasserheilige macht kein Damage. Die Wasserheilige wird euch nie irgendwen killen. Alles was sie tun soll, ist den Damage vom Dünner buffen und die ein bisschen heilen. Ihr packt die Wasserheilige in der Arena in dieselbe Lane wie der Dünner. Da soll sie stehen und proggen. Wenn sie progt, erhöht sie den Dünner-Schaden um 60%. Das ist extrem brutal. Dann packt ihr ein Boxer-Pad drauf. Zack, habt ihr nochmal 120% mehr Schaden auf dem Dünner. Insgesamt 180% durch einen Helden. Die Wasserheilige kann irre tanky sein. Mit DD, HL, Orderbond-Rüstung, HÜ steht die unglaublich lange. Wenn sie nicht progt, packt ihr einen Stärken drauf. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist nur, dass sie ganz viele Base-HP hat und kriegt Widerstand. Meine hat 8,3k oder knapp 8,4. War mal auf 9, aber ich habe jetzt gerade das Pad wieder wechseln müssen. Habe jetzt einen Boxer drauf. Habe dann hier was rumgeschraubt und da. Insgesamt ist es aber eine sehr, sehr starke Wasserheilige. Also mit knapp 3,5 Millionen Leben. Die stirbt echt nicht schnell. Die steht meistens als letzter Held noch. Und dann macht es eben richtig Spaß, wenn die progt und der Boxer einsetzt und der Dünner progt. Da wächst kein Gras mehr, wo dein eigener Dünner dann hinhaut. Dann ist alles weg. Auf meine Nummer 6 hat sie wieder ein Buffer geschafft. Es ist der Koloss. Der Koloss, der lange keine Beachtung bekommen hat und jetzt immer mehr seinen Weg in die Top-Arena findet. Man sieht immer Chico, man sieht immer Snow, man sieht immer jedem starken Spieler. Man sieht ihn jetzt auch bei mir. Der Koloss ist einfach dafür da, vor allen Dingen in der Defensive, einfach die eigenen Helden am Leben zu halten. Der wird auch kein Damage machen. Der Koloss soll den Damage von eurem Dünner nehmen. Das ist das Ziel. Letztendlich könnt ihr den Dünner nie ganz offensiv spielen, weil sonst stirbt er direkt. Aber mit einem Koloss könnt ihr ihn noch offensiver spielen, weil der Koloss diesen Damage wegnimmt. Mein Koloss hat HL und Stärken, eine OBR dazu und Heilungsritual. Ihr könnt ihn auch mit Seelenheiler und HL spielen oder Steinhaut-HL, Gegenheilung-HL. Da gibt es irre viele Kombos. Ich habe jetzt die gewählt und ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen noch drum schrauben. Der steht aber jetzt so eigentlich relativ gut. Ich habe Heilungsritual drauf, weil es die Leben erhöht. Scheiß auf reduzierten Damage. Der soll ja absolut viele Leben haben, um den Damage von den eigenen Leuten mitnehmen zu können. Deshalb habe ich dann Heilungsritual drauf, um nochmal 70% mehr mitzunehmen. Der hat bei mir gute 3,8 Millionen Base-HP. Ganz geisteskrank. Der hat mir geile Relikte mittlerweile. 7000 kriegt Widerstand. Also der steht. Der aktiviert außerdem einen Damage-Cap auf 70% seiner Leben. Das ist auf 50.000 reduziert. Das heißt, ohne 0 innen- oder gegnerischen Dünner kommt da schon mal gar nichts durch. Und selbst wenn der Tank-Dünner ist, das ist echt witzig. Also das sieht teilweise aus, als würden die überhaupt nichts machen. Nicht so geil wie eine Mumie oder so oder ein geiler Rampart. Aber ein Koloss kann schon ganz gut stehen. Und damit sind wir auch schon bei meiner Nummer 5. Das ist der Waller. Uralter Held wieder mal. Aber ein absolut geiler Buffer. Wir haben wieder keinen Damage-Dealer. Waller wird euch wieder niemanden killen. Waller ist dafür da, um den Damage zu buffen und zu heilen. Genau wie die Wasserheilige. Die Wasserheilige macht mehr Damage-Boost und heilt weniger und heilt nur eine Lane. Der Waller heilt alle und erhöht ihren Damage um 42%. Ist auch sehr, sehr ordentlich. Da kann man sich nicht beschweren. Verringert die Heilung von den Gegnern. Der entfernt die negativen Buffs von allen seinen Leuten. Der macht so, so viel im Hintergrund noch dazu. Das seht ihr überhaupt nicht. Waller ein absolut geiler Held. Problem bei dem ist, der ist squishy. Also ein Waller ist schwieriger am Leben zu halten als alle davor. Vielleicht noch ein PD. Ist ungefähr dasselbe Level. Der braucht viel Base-HP. Der hat bei mir viel Base-HP. Der braucht Defensive. Sprich HL. Stärken ist relativ wichtig. Weil sonst Proctor nicht. Ihr könntet noch einen Seelenheiler dazu packen. Ihr könntet hier dieses komische Täuschen, Inspirieren heißt. Ihr könnt eine andere Rüstung. Er braucht halt Defensive. Wenn ihr ihn auf Dodge spielt, packt dieses Inspirieren drauf. Wenn ihr ihn so spielt wie ich, auf Crit-Widerstand. Was ich auch erst so kurzum mache. Davor hatte ich ihn auf Dodge. Packt halt eine Rüstung drauf oder so. Der hat bei mir auch eine HÜ. Der hat, naja, wie fast jeder hält. LP und Crit-Widerstand. Auch nicht viel Crit-Widerstand. Weil es halt ein normaler, legendärer ist. Und ich eher auf LP gegangen bin. Aber für mich ist der Waller ein absolut essentieller Buffer. Ein mega geiler PvP-Held. Und der ist einfach sausa stark. Kann man auf keinen Fall was gegen sagen, glaube ich. Das bringt uns schon zu meiner Nummer 4. Und zwar bei den epischen Helden. Der Erbe. Oder das Erbe. Wie man es sagen will. Auf jeden Fall ist er geil. Man kann den auf zwei verschiedene Arten spielen. Entweder man nimmt ihn komplett defensiv. Damit er nur sein D-Buff raushaut. Der ist übrigens, wenn er schlägt. Jedes Mal bei einem Base-Attack. Kriegt jeder Gegner 3% mehr Damage. Das heißt, wenn sich das hochstackt. Der erhöht seine eigene Angriffsgeschwindigkeit noch. Dann habt ihr mal eben 30% mehr erhaltenen Damage von jedem Gegner. Das ist natürlich sehr, sehr stark. Dieses defensive Bild wäre dann DD, HL, OBR, HÜ. Oder ihr spielt ihn halt eher in meine Richtung. Weil er auch extrem gut Damage raushauen kann. Das wäre dann eine böse Rüstung. Ein Order-One-Bogen. Ein Null-In. Und eine heilige Überzeugung. Damit One-Shuttle dir auch ganz gern mal einen Dünner. Das ist super spaßig. Ich habe ihn auf Genauigkeit, Crit, Crit-Damage. Der hat auch echt respektable Werte, glaube ich. Also ich bin total zufrieden mit dem. Habe ihn zeitweise kurz raus. Hat nicht so gut funktioniert ohne wie mit. Also Erbe ist ein echt, echt geiler Held. Man muss aber ganz ehrlich sagen, es gibt nicht das perfekte Arena-Team. Und alle 10 Helden dieser Liste sind Top-Arena-Helden. Ihr könnt jeden dieser 10 Helden beliebig austauschen in eurem Arena-Team. Und es wird nicht schlechter werden unbedingt. Muss natürlich miteinander harmonieren. Aber grundsätzlich sind das 10 Helden, die euch in der Arena weiterbringen werden. Keine Frage. Also Erbe, entweder offensiv mit BR, OB, Null-In, HÜ. Oder defensiv mit DD, HL, OB, R, HÜ. Pack dir ein bisschen Genauigkeit drauf. Crit, was weiß ich. Und dann haut dir auch ordentlich was weg. Und damit sind wir auch schon bei dem Treppchen angelangt. Meine Top 3. Mit dem dritten Platz muss ich leider die Mumie zufrieden geben. Hätte ich genauso mit dem zweiten Platz tauschen können. Also an sich hätte man von der zweiten bis zur neunten Stelle alle vertauschen können. Und ich wäre genauso zufrieden gewesen. Die sind alle top. Für mich gehört die Mumie in die Top 3. Weil man einfach immer wieder rum überlegt. Welche Helden tausche ich jetzt aus? Was probiere ich aus? Aber die Mumie wird nie ausgetauscht. Die Mumie ist immer gesetzt. Genauso wie ein Düner. Also ich glaube, ohne Mumie spielt in den Top 30 keiner. Ich habe sie ganz defensiv. So sollte man sie auch spielen. Ist wieder kein Damage-Dealer. Ist ein purer D-Buffer für die Gegner. Steinout, HL, Voidwalker-Rüstung, HÜ. Defensiver geht es nicht. Dann braucht ihr möglichst viel Base-Edge-Spiel. Crit-Widerstand. Ein bisschen Genauigkeit, weil sie soll auch treffen, damit ihr Skill funktioniert. Aber grundsätzlich, wenn ihr die richtig defensiv bastelt, dann wird die irre lange stehen. Die hat eingebaute Damage-Reduction. Die kriegt grundsätzlich 60% weniger. Durch die Steinout nochmal eben 80% weniger. Dann nochmal 70% durch das HL. Dann haben wir nochmal 36% durch die Voidwalker-Rüstung. Und nochmal 48% durch die HÜ. Wie viel Schaden kriegt die? Von einem richtig brutalen Düner nimmt die 30.000 pro Tick oder so. Die Mumie ist nicht tot zu kriegen. Wenn andere Helden dabei stehen, die dir heilen, wird eure Mumie nicht kippen. Sie lähmt drei Helden und nimmt die Kobbel aus dem Spiel. Ein Rampart zum Beispiel. Die Mumie ist ein Hard-Counter gegen den Rampart. Wenn ihr in der Arena ein Ramp seht, packt eure Mumie in die Lane von diesem Rampart. Sie wird ihn rausnehmen. Selbst wenn der Rampart noch lebt, wird er nichts mehr machen. Der kann keine Energie mehr bekommen. Der kann nicht mehr auslösen. Der kann gar nichts mehr machen und ist dauergefesselt eigentlich. Deshalb finde ich die Mumie so geil. Der Düner ist leider gegen sie immun komplett. Wie gegen alle anderen Debuffs. Aber die ist ein Rampart-Counter. Die ist ein Waller-Hard-Counter. Die countert euch die Wasserheilige weg. Die countert alles. Ihr müsst sie in die richtige Lane setzen. Und dann habt ihr gleich zwei Gegner weniger auf dem Feld, obwohl die noch leben. Alles klar. Ich denke, jeder mit mehr als einer Gehirnzelle im Kopf weiß, welche Helden jetzt kommen. Und er weiß auch, in welcher Reihenfolge sie kommen. Auf der Nummer zwei ist natürlich der Rampart. Das ist überhaupt keine Debatte. Der Rampart ist einer der genialsten Heiler und Buffer im Spiel. Und nicht nur, weil er eben dieses komische Reflect-Schild draufhaut, das nochmal 32% des Schadens auf den eigenen Helden reflektiert. Er revivet auch alle. Er revivet euer gesamtes Team. In jeder Arena, in jedem Angriff wird der Rampart ein entscheidender Faktor sein. Wenn der Gegner irgendwie den Lucky Brock hat mit dem Dünner, euer Dünner ist tot, euer Rampart revivet, zack. Dein Dünner ist wieder da, gegnerischer Dünner ist tot. Man muss ganz wichtig zu ihm sagen, in der Defensive ist er nicht so stark wie in der Offensive. Weil in der Defensive kann nicht revivet werden. Weshalb auch in der Arena Angriffe viel leichter sind als das Verteidigen. Ihr habt diesen Rampart-Bonus. Der Rampart ist so viel zu stark in der Arena im Angriff. Der carriert das ganze Team. Er heilt ein bisschen. Er hat diesen Schaden-zu-Leben-Umwandlungseffekt. Das bedeutet, wenn ein Erbe auf den Rampart draufprockt, dann heilt der Rampart sich die ganze Zeit an dem Erbe hoch. Und selbst wenn ein Dünner auf den Rampart prockt, der Rampart heilt so brutal gegen, dass es ihn einfach nicht interessiert. Also ich habe schon unsterbliche Ramps gesehen, einfach weil die quasi den Damage vom Erbe umgewandelt haben und den Damage von dem Dünner gefressen haben. Zack, steht der Rampart irre lange und ist total nervig und gibt die ganze Zeit dieses Schild. Und ihr kriegt keinen Helden mit diesem dummen Schild down. Das ist echt verrückt. Ich habe den Rampart mit HL-Stärken. Ihr könnt ihn mit HL und Steinhaut spielen. Ihr könnt ihn mit HL und DD meinetwegen spielen. Ihr könnt ihn mit HL und Stiller Deckung spielen. Ich habe eine Voidwalker-Rüstung drauf. Ihr könnt Inspirieren spielen. Ihr könnt die Order-Wand-Rüstung, egal was ihr draufhaut. Die Voidwalker-Rüstung ist halt ein Kompromiss, weil dann lebt er zwar länger, aber heilt auch weniger. Das ist natürlich ein bisschen nervig, aber ich mag einen Rampart, der steht. Der soll mir reviven. Den Heal kriege ich vom Waller oder so. Mitstärken wird er halt proggen, zuverlässig. Ohne kann es sein, dass er es mal nicht tut. Aber dafür steht er halt mitstärken auch nicht so lange. Ich werde definitiv bald switchen. Ich bin genervt. Mein Rampart stirbt zu schnell. Der HÜ ist natürlich drauf. Das ist ja überhaupt keine Frage. Ich habe LP-Trades. Ich habe Kritt-Widerstand. Der hat 6,5k Kritt-Widerstand. Der hat aber geisteskranke 2,8 Millionen Base-Age-Spiel. Der steht einfach lange und geil. Also ich glaube, wer in der Arena irgendwo gut ist, hat ein Rampart immer im Angriffsteam dabei. Im Dev-Team eigentlich genauso. Wer das nicht hat, ist schlicht und ergreifend dumm. Und jetzt kommen wir auch schon zu meinem Allerheiligsten. Ich darf das Bild nicht zeigen, das ich momentan benutze. Ich habe das Bild bis zur Unkenntlichkeit verzerrt. Alles, was klar ist, ist, dass ich einen Order-Bond-Bogen benutze. Das macht jeder. Aber alles andere ist sehr, sehr stark so. Ich habe da jetzt das Bild genommen, das ich sehr, sehr lange genauso benutzt habe. Und das ich genauso empfehlen würde. Also stellt euch vor, das hier wäre eine rohe Gewalt oder so. Packt ihr eine böse Rüstung dazu. In dem Fall ist es eine rohe Gewalt. Tyrannei ist sehr, sehr geil. Vor allem, wenn es ein Crit-Düner ist, wozu ich raten würde. Dann packt ihr eine HU dazu. Zack, das Ding steht. Ihr habt einen Düner, der lange steht. Ihr habt einen Düner, der extrem raushaut. Und vor allen Dingen mit Crits ganz, ganz pervers viel Schaden macht. Wenn ich jetzt meine Dünersets zeige. Der hat mal eben 135.000 Base-Damage. Der hat auch mal eben über 3 Millionen Base-HP. Aber diese Genauigkeit, dieser Crit und dieser Crit-Schaden. Geisteskrank. Also ich habe einen der stärksten Düners auf dem Server. Viel besser geht es kaum. Ihr seid nicht, ihr habt höhere Titel-Talente. Ich würde euch empfehlen. Packt 30k Genauigkeit drauf. Dann packt ihr 6,4k Crit, 6,5k Crit, 7k Crit drauf. Und den Rest voll in Crit-Dermash. Dann haut das Ding raus. Das ist geisteskrank. Also wie gesagt, rohe Gewalt, böse Rüstung. Dazu packt ihr dann schön die Tyrannei und eine HU. Der Düner wird absolut aufräumen. Ich habe momentan was anderes. Das ist eher experimentell. Das darf ich nicht zeigen. Also halte ich mein Wort und werde es natürlich auch nicht tun. In diesem Sinne würde ich aber auch sagen, das war meine Top 10 der PvP-Helden. Ihr habt meine Builds gesehen, zumindest ein Großteil. Genau so kann man die spielen. Und es wird krass. Ich selber habe noch ein paar andere Tricks und Kniffe drin, die ich leider nicht verraten darf. Die mich dann eben aus der Top 30 in die Top 3 gehauen haben oder in die Top 10. Ja, ich denke aber, die Videos hier werden eher Leute schauen, die ein bisschen kleiner sind und die vielleicht grundsätzlich Arena-Ideen brauchen. Hier habt ihr sie. Das funktioniert genau so. Es wird euch nicht in die Top 10 bringen. Das funktioniert so einfach nicht. Da brauchst du noch ganz andere Kniffe, Tricks, andere Sachen, andere Pets, was weiß ich. Aber grundsätzlich kann man es so machen und es wird stark sein. Alles klar. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.